Viele Menschen, die an Polyneuropathie leiden, fragen sich, ob man zusätzlich zu den zahlreichen Einschränkungen, die die Krankheit mit sich bringt, auch früher stirbt. Ich habe für dieses Video die wissenschaftlichen Studien zum Thema gelesen und möchte hier die Frage beantworten, senkt Polyneuropathie die Lebenserwartung oder ist Polyneuropathie sogar tödlich? Und wenn ja, was kann man dagegen tun? Um herauszufinden, wie es um die Lebenserwartung bei Polyneuropathie bestellt ist, habe ich wissenschaftliche Datenbanken, insbesondere PubMed, durchsucht. Dabei findet sich eine spezielle Studie einer amerikanischen Forschergruppe und diese verglich die Lebenserwartung von Polyneuropathie-Patienten mit der von Menschen ohne Polyneuropathie. Sie nutzten dazu Daten aus einer sehr großen Studie, in der die Bevölkerung aus einem ganzen Landkreis seit 1966 untersucht wurde und unter den Studienteilnehmern waren fast 3000 Personen, die an Polyneuropathie litten. Die Forscher verglichen nun diejenigen, die an Polyneuropathie litten, mit den Teilnehmern, die keine Polyneuropathie aufwiesen. Die durchschnittliche Lebenserwartung der Menschen mit Polyneuropathie lag bei 80 Jahren. Die Studienteilnehmer, die keine Polyneuropathie hatten, lebten im Durchschnitt bis 86. Ich fand außerdem zwei weitere Studien, in denen Diabetiker mit und ohne Polyneuropathie untersucht wurden und ihre Lebenserwartung verglichen wurde. Auch hier wurde eine etwas geringere Lebenserwartung der Menschen mit Polyneuropathie beobachtet. Alle diese Studien verlinke ich unter diesem Video. Heißt das jetzt, dass Polyneuropathie tödlich ist? Laut der genannten Studien ist nicht geklärt, weshalb die Menschen mit Polyneuropathie früher starben. Die Polyneuropathie ist also explizit nicht die Todesursache. Denn dass man mit Polyneuropathie früher stirbt, heißt nicht, dass man an Polyneuropathie stirbt. Die Nervenschäden bei Polyneuropathie führen nämlich in den seltensten Fällen zum Tod. Denn sie betreffen meist keine lebenswichtigen Organe. Die Krankheit schränkt meist die Nervenfunktion in der Peripherie des Körpers ein. Das heißt, die Problematik betrifft zunächst die Hände oder die Füße. Erst in späteren Stadien werden auch Oberschenkel und Oberarme betroffen. Das ist schlimm, aber nicht akut lebensgefährlich. Lebensgefährlich wäre die Erkrankung dann, wenn die Nerven, die lebenswichtige Organe versorgen, so stark geschädigt würden, dass diese Organe nicht mehr arbeiten können und man deshalb stirbt. Es gibt tatsächlich Nervenerkrankungen, bei denen so etwas vorkommt. Beispielsweise kann es passieren, dass die Nerven, die die Atemmuskulatur oder das Herz versorgen, nicht mehr funktionieren und diese Organe deshalb nicht mehr arbeiten können. Es gibt besondere Formen der Polyneuropathie, bei denen es soweit kommen kann. Beispielsweise bei der kardialen autonomen Neuropathie oder beim Guillain-Barré-Syndrom. Bei den Arten der Polyneuropathie, die sich langsam und schleichend entwickeln und sich typischerweise von den Zehenspitzen in Richtung Körperzentrum ausbreiten, was also das Typische ist und das häufigste, passiert es aber nur selten. Die Ursache für die kürzere Lebenserwartung von Menschen mit Polyneuropathie liegt also an anderer Stelle. Und auch dazu gibt es Hinweise aus den genannten Studien. Ein Grund dafür ist, dass Menschen mit Polyneuropathie ungleich häufiger an anderen schweren Erkrankungen leiden, die dann erst als Folge die Polyneuropathie haben. Und das gilt sowohl für Diabetes als auch für Krebserkrankungen, Alkoholkrankheiten, Nierenschäden oder Durchblutungsstörungen. Diese Krankheiten alleine senken schon die Lebenserwartung. Die statistisch niedrigere Lebenserwartung von Menschen mit Polyneuropathie im Vergleich zu Gesunden rührt also eher von den schweren Erkrankungen, die die Polyneuropathie zur Folge haben. Es gibt allerdings auch noch weitere Gründe für die verkürzte Lebenserwartung, auf die man als Patient sogar Einfluss nehmen kann. Die Menschen mit Polyneuropathie hatten eine wesentlich erhöhte Gefahr zu stürzen und waren viel häufiger in ihrer Mobilität eingeschränkt. Sie hatten außerdem häufiger Probleme damit, alleine ihren Alltag zu bewältigen und häufiger Störungen der Durchblutung und Herz- sowie Lungenerkrankungen. Mit anderen Worten, sie waren körperlich schwach und litten an Krankheiten, die mit Bewegungsmangel zusammenhängen. Das gibt uns einen Ansatzpunkt, um die Lebenserwartung bei Polyneuropathie zu erhöhen. Denn als Therapeut reicht es mir jetzt natürlich nicht aus, nur zu wissen, dass man mit Polyneuropathie früher stirbt. Ich will außerdem wissen, was man dagegen tun kann. Und ich betrachte die Frage jetzt entsprechend meiner Ausbildung aus sportwissenschaftlicher Sicht. Natürlich können auch andere Disziplinen zu mehr Gesundheit trotz Polyneuropathie beitragen. Ich beschränke mich jetzt aber auf mein Fachgebiet. Ich gehe also ausdrücklich nicht auf medizinische Behandlungen ein, sondern beschränke mich auf die Möglichkeiten, die körperliches Training bietet. Ich habe schon erwähnt, dass die körperliche Schwäche eine Rolle für die verringerte Lebenserwartung spielt. Eine Erhöhung der körperlichen Leistungsfähigkeit bewirkt bei allen Menschen beeindruckende Effekte auf die Gesundheit. Körperlich aktive Menschen haben deshalb eine höhere Lebenserwartung, auch wenn sie an Polyneuropathie leiden. Im Rest des Videos möchte ich Ihnen deshalb zeigen, wie körperliche Aktivität trotz Polyneuropathie helfen kann. Dazu muss man wissen, welche Probleme alle Menschen mit Polyneuropathie gemeinsam haben, die zur geringeren Lebenserwartung beitragen und die sich durch Training verbessern lassen. Das erste davon sind Stürze. Ein Problem, das nahezu alle Menschen mit Polyneuropathie gemeinsam haben, ist die erhöhte Gefahr zu stürzen. Und Stürze sind wesentlich gefährlicher, als die meisten Menschen vermuten und das insbesondere im höheren Alter. Bei den über 65-Jährigen sind Stürze für bis zu ein Fünftel der notfallmäßigen Einlieferungen ins Krankenhaus verantwortlich. Auch dazu verlinke ich eine Studie unter dem Video. Wer stürzt und sich dabei schwer verletzt, wird dadurch häufig zum Pflegefall. Das gilt nicht nur für die berühmte Oberschenkelhalsfraktur, auch für Schädel-Hirntraumata und Verletzungen der Wirbelsäule sind Stürze eine der häufigsten Ursachen. Wer einmal eine solche Verletzung erleidet, gerät dann häufig eine Abwärtsspirale, die leider oft damit endet, dass man nicht mehr in der Lage ist, sich selbst zu versorgen und im Pflegeheim landet. Selbstverständlich folgen dann auch weitere gesundheitliche Probleme und auch die Lebenserwartung sinkt. Und die Gefahr zu stürzen ist eben deutlich erhöht, wenn man an Polyneuropathie leidet. Das wissen die meisten Menschen mit Polyneuropathie aus eigener Erfahrung und zahlreiche meiner Patienten berichteten mir bereits davon, dass sie gestürzt sind. Um für seine Sicherheit und insbesondere auch für die Lebensqualität trotz Polyneuropathie etwas zu tun, sollte man deshalb versuchen, die Sturzgefahr möglichst zu verringern. Gleichzeitig sollte man aber körperlich möglichst aktiv bleiben. Und das ist auf den ersten Blick ein Widerspruch, denn wer sich viel bewegt, läuft auch öfter Gefahr zu stürzen, als jemand, der seine Tage auf dem Sofa sitzen verbringt. Wer sich aus Angst zu stürzen allerdings nicht mehr bewegt, bekommt dadurch alle Konsequenzen des Bewegungsmangels zu spüren. Die Muskelkraft und Knochenfestikal sinken zum Beispiel, wodurch man verletzungsanfälliger wird. Außerdem wird die Bewegungskontrolle schlechter, wodurch die Sturzgefahr steigt. Außerdem kommen zahlreiche weitere negative Effekte der Inaktivität hinzu, wie zum Beispiel, dass das Herz schwächer wird und das Risiko für Schlaganfälle steigt. Einfach nicht mehr aktiv zu sein, um das Sturzrisiko zu reduzieren, ist also keine Option. Und viel besser ist es, gezielte Übungen zu machen, die die Sturzgefahr senken. Gezieltes Training für das Gleichgewicht ist dabei überraschend wirkungsvoll. Wer ein besseres Gleichgewicht hat, steht stabiler und stürzt deshalb seltener. Dies ist nicht nur logisch, sondern wurde auch in einer Vielzahl von wissenschaftlichen Studien belegt. Rein statistisch sinkt die Sturzgefahr durch ein Training um etwa ein Drittel. Wer allerdings mehr trainiert und deshalb sein Gleichgewicht stärker verbessert, verringert die Sturzgefahr auch noch stärker. Einer meiner Patienten war darin so erfolgreich, dass er im ganzen Jahr 2020 nicht ein einziges Mal stürzte, nachdem er 2019 quasi monatlich stürzte und sogar zweimal ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Natürlich sind solche Erfolgsgeschichten nicht immer erreichbar. Allerdings gilt quasi für jeden, dass die Sturzgefahr geringer ist, wenn man besser in der Lage ist, das Gleichgewicht zu halten und seine Bewegung besser kontrollieren kann. Dasselbe Training hilft interessanterweise vielen Patienten, die Symptome der Polyneuropathie zu reduzieren. Schmerzen und Missempfindungen werden nach dem Training oft weniger. Denn das Training des Gleichgewichts richtet sich direkt an das Nervensystem. Um das Gleichgewicht gut halten zu können, kommt es nämlich nicht auf große Muskeln oder große Körperkraft an, sondern darauf, den Körper genau wahrzunehmen und zu steuern. Also die Aufgaben des Nervensystems gut zu erfüllen. Wenn sie das Gleichgewicht trainieren, verringern sie deshalb nicht nur die Sturzgefahr. Viele Menschen berichten auch von einer Verbesserung der Symptome der Polyneuropathie. Das Nervensystem scheint durch das Training zu lernen, die Schäden aufgrund der Polyneuropathie zu einem gewissen Grad auszugleichen. Durch das Training kommt es also nicht zur Heilung der Polyneuropathie. Man kann aber trotz der Nervenschäden die Körperwahrnehmung verbessern. Gleichgewichtstraining hat also das Potenzial, die Lebensqualität zu verbessern, was mindestens genauso wichtig ist, wie die Lebenserwartung zu erhöhen. Übungen dazu finden Sie auf meiner Internetseite www.bitzer-sporttherapie.de. Stürze sind allerdings nicht die einzige körperliche Einschränkung, die die Lebenserwartung bei Polyneuropathie verringert. Ein weiterer entscheidender Risikofaktor ist, dass Menschen mit Polyneuropathie körperlich meist weniger fit sind. Wer körperlich fitter ist, lebt allerdings länger und gesünder. Das gilt insbesondere, wenn man an einer chronischen Krankheit leidet. Denn körperliche Fitness schützt sehr häufig vor deren Folgen. Eine Arbeitsgruppe von Jonathan Myers von der Stanford University untersuchte das bereits 2002 und sie zeigten, welchen Einfluss die körperliche Leistungsfähigkeit auf die Mortalität hat. Und das auch bei Menschen mit verschiedenen Erkrankungen. Und dabei zeigte sich eindrucksvoll, dass Menschen, die körperlich fit sind, obwohl sie an chronischen Krankheiten leiden, eine niedrigere Mortalität aufweisen als körperlich schwache Menschen mit derselben Krankheit. Daten aus dieser Studie sehen Sie in dieser Abbildung. Sie sehen darin das statistische Sterberisiko in Abhängigkeit der körperlichen Leistungsfähigkeit und verschiedener chronischer Erkrankungen. Dabei sehen Sie sogenannte MET, das sind metabolische Äquivalente. Ein MET entspricht dem Energieverbrauch in Ruhe und 8 MET wäre also das Achtfache des Energieverbrauchs in Ruhe. Das entspricht zum Beispiel Gehen mit 8 kmh. Menschen, die eine solche Leistung erbringen können, also längere Zeit zum Beispiel 8 kmh schnell gehen können, haben kaum Einschränkungen ihrer Lebenserwartung, auch wenn sie an chronischen Krankheiten wie Diabetes oder Bluthochdruck leiden. Wie Sie in der Abbildung sehen können, haben Menschen, die es nicht schaffen, 8 MET zu erreichen, ein deutlich höheres Sterberisiko. Wer weniger als 5 MET erreicht, hat ein mehr als doppelt so hohes relatives Sterberisiko wie Menschen, die mehr als 8 MET schaffen. Und dasselbe gilt übrigens für sehr viele chronische Erkrankungen und im Grunde genommen auch für Gesunde. Körperliche Fitness erhöht die Lebenserwartung. Der Grund für die höhere Lebenserwartung fitterer Menschen ist, dass Fitness nichts anderes bedeutet als gut funktionierende Organe. Um körperlich fit zu sein, benötigt man ein gut funktionierendes Herz, eine gesunde Lunge und gute Blutgefäße, um Blut und Sauerstoff zu den Muskeln zu bringen. Auch das Nervensystem, das die Muskeln passend zur jeweiligen Aufgabe steuert, muss gut funktionieren und wird eben durch ein Training leistungsfähiger. Auch die Stabilität und Bruchfestigkeit der Knochen muss groß sein, um die Kraft der Muskeln umsetzen zu können. Die körperliche Fitness ist also nichts anderes als ein Ausdruck gut funktionierender Organe und damit guter Gesundheit. Und das lässt sich durch ihre eigene Aktivität verbessern. Wer trainiert und dadurch fitter, stärker und leistungsfähiger wird, dessen Organe verbessern auch ihre Funktion. Wer ein Training beginnt und zum Beispiel nach einem Monat leistungsfähiger ist als zuvor, der hat ein besser funktionierendes Herz, besser funktionierende Muskeln und eine besser funktionierende Durchblutung. Deshalb sinkt das Risiko für sehr viele Erkrankungen, wenn man körperlich trainiert und fitter wird. Das gilt auch für Erkrankungen, an die man zunächst nicht gedacht hätte. So funktioniert bei fitten Menschen auch das Immunsystem besser, was dazu führt, dass Infektionen einen leichteren Verlauf haben. Sehr fitte Menschen erkranken zum Beispiel viel seltener an Lungenentzündungen, denn ihr Immunsystem ist in der Lage, die Infektion in den Atemwegen zu bekämpfen, bevor sie sich zu einer gefährlichen Erkrankung auswachsen können. Und selbst wenn man an einer Lungenentzündung erkrankt, haben fitte Menschen mehr Reserven, denn ihre Lunge war von vornherein leistungsfähiger und ist deshalb in der Lage, genügend Sauerstoff aufzunehmen, um den Körper zu versorgen, auch wenn sie aufgrund der Erkrankung nicht mehr ganz so gut funktioniert. Die Sauerstoffaufnahmefähigkeit ist übrigens das in der Wissenschaft gebräuchlichste Maß für die Ausdauer. Je besser ihre Ausdauer, desto besser ist also ihre Sauerstoffaufnahme, desto besser ist die Funktion ihrer Lunge und übrigens auch des Herzens und der Blutgefäße, die den Sauerstoff aus der Lunge in den Körper transportieren. Wir sehen also, dass fitte Menschen auch eine höhere Lebenserwartung haben. Man kann also damit rechnen, dass eine bessere körperliche Fitness die Lebenserwartung auch bei Polyneuropathie verbessert. Nun ist es natürlich schwerer, sich fit zu halten, wenn man an Polyneuropathie leidet. Denn wenn man bei jedem Schritt Schmerzen hat oder Probleme, das Gleichgewicht zu halten, kann man natürlich nicht so einfach trainieren wie jemand ohne Einschränkungen. Deshalb gehe ich davon aus, dass die verringerte Lebenserwartung der Menschen mit Polyneuropathie nicht zuletzt daher rührt, dass man mit Polyneuropathie körperlich weniger aktiv ist und deshalb weniger fit ist und dadurch schlechter funktionierende Organe hat. Und es kommt dann sehr viel häufiger zu Herzinfarkten, Schlaganfällen und Stürzen sowie anderen Problemen, die der Bewegungsmangel mit sich bringt. Es geht aber nicht nur darum, die Lebenserwartung trotz Polyneuropathie zu steigern. Mindestens genauso wichtig ist es, die Lebensqualität zu erhalten. Und auch hier spielt körperliche Fitness eine sehr wichtige Rolle. Denn wer körperlich fitter ist, kann sich mehr zutrauen und mehr unternehmen als jemand, der schon bei einfachen alltäglichen Dingen Schwierigkeiten hat. Wer körperlich fit ist, hat zum Beispiel keine Probleme damit, Treppen zu steigen oder Einkäufe zu tragen. Das macht das Leben natürlich leichter und ermöglicht mehr Aktivitäten, die Spaß machen. Nicht zuletzt benötigt man auch seltener Hilfe, wenn man körperlich stärker ist. Sich körperlich fit zu halten ist also keine reine gesundheitliche Frage. Es geht nicht nur darum, möglichst lange zu leben. Es geht ganz konkret darum, angenehmer zu leben. Sie sehen also, dass es gerade mit Polyneuropathie wichtig ist, trotzdem aktiv zu bleiben. Dass man im Alltag weniger aktiv ist, weil die Krankheit das Leben einfach schwerer macht, liegt natürlich auf der Hand. Deshalb ist es wichtig, sich Routinen für das körperliche Training zu schaffen. Wenn man sich zum Beispiel feste Zeiten für das Training vornimmt und während diesen Zeiten planmäßig trainiert, kann man schon mit wenig Zeitaufwand große Fortschritte machen. Wenn man mit einem Training trotz Polyneuropathie beginnt, hat man meist in der Anfangszeit sehr große Erfolge. Nach einiger Zeit erreicht man allerdings ein Plateau, an dem man meist nicht mehr so schnell weiterkommt. Denn die Krankheit bringt nun mal Einschränkungen mit sich, die man einfach nicht wegzaubern kann. Verlieren Sie deshalb aber nicht den Mut. Machen Sie sich bewusst, dass es bereits ein Riesenerfolg ist, wenn Sie es schaffen, trotz der Polyneuropathie das aktuelle Niveau zu halten. Denn Menschen, die nicht trainieren, werden langsam aber sicher schwächer, wackeliger und letzten Endes weniger selbstständig. Diesen Prozess können Sie durch gezielte Übungen zumindest bremsen. Falls Ihnen dieses Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren. Übrigens biete ich individuelle Beratungen und Unterstützung beim Training an. Dazu können Sie mich gerne kontaktieren. Mehr Informationen zu Training und Sport bei Polyneuropathie finden Sie aber auch kostenlos auf meiner Internetseite bitzersporttherapie.de. Ich hoffe, dieses Video war hilfreich für Sie und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.